herzlich willkommen zu die filmanalyse heute mit einem live stream und das wird erst einmal höchste zeit denn es ist schon ein jahr her dass der letzte live stream stattgefunden hat aber ich muss auch gestehen dieser live stream war gar nicht für diesen sonntag geplant ich wollte ihn ein bisschen später machen nun ist es aber so gekommen dass ich eigentlich ein buntes wochenende in berlin verleben wollte mit opernbesuch und heute hätte ich einen vortrag gehalten über den kapitalismus und den horrorfilm und inwieweit der kapitalismus wie ein horrorfilm ist aber dazu kam es nicht da ich mir eine bronchitis eingefangen habe und bis vorgestern war meine stimme derart ramponiert dass ich dachte gut es hat überhaupt keinen sinn nach berlin zu reisen nun ist die stimme schon wieder besser ich fühle mich gut aber bin dann zu hause geblieben und dachte mir ist ist aber eine prima gelegenheit jetzt an diesem sonntag wo es so viele zu hause sind einen live stream zu machen ich begrüße also alle ganz herzlich und freue mich wenn ich jetzt in den nächsten 90 minuten fragen beantworten kann aber ich will natürlich auch ein bisschen erzählen will ein paar empfehlungen aussprechen bücher filme darum soll es auch gehen denn ich beschäftige mich ja nach wie vor mit hollywood sehr stark auch weil ich an einem buch zu hollywood schreibe das ich noch mal wahrscheinlich ein bisschen verzögern wird bis es dann erscheint da die zeitenwende in gewisser weise auch in meinem buch eine rolle spielt wenngleich es kein buch über den krieg oder so wird aber dennoch hat sich da noch mal einiges verschoben was ich noch mal anders sortieren will aber das hat ja auch jetzt keine große zeitnot das ganze sondern man muss glaube ich noch mal über ein das ein oder andere neu nachdenken was ich aber auch schon tue dennoch beschäftige ich mich mit hollywood und möchte da auch ein paar empfehlungen aussprechen filmen die man unbedingt sich einmal ansehen wollte wenn man sollte wenn man sich mit hollywood beschäftigt ich habe aber auch bücher dabei weil ich immer wieder gefragt werde was soll man denn eigentlich lesen wenn man sich mit filmen auseinandersetzen möchte nun es gibt nicht dieses eine filmbuch das man gelesen haben muss und dann weiß man alles und man kann ganz viele film bücher nennen und ich habe einfach versucht mal einen kleinen überblick mitzubringen von film von büchern die mir wichtig waren die mir geholfen haben filme zu analysieren wenngleich ich sagen muss das sind jetzt bücher über filme direkt oder regisseure zugleich gibt es natürlich sehr viel theorie die erst einmal nichts mit filmen zu tun hat die aber dann für filme sehr produktiv gemacht werden kann um diese theorie soll es heute aber weniger gehen da ist natürlich viel französische postmoderne dabei selbstverständlich frankfurter schule aber auch karl marx da sind ökonomische theorien aber ich glaube wenn wir uns jetzt mal auf die filme konzentrieren wollen dann darf ein klassiker nicht fehlen ich habe ihn schon häufiger erwähnt natürlich françois truffaut mr hitchcock wie haben sie das gemacht es ist ein gesprächsbuch françois truffaut der große regisseur aus frankreich trifft den noch größeren regisseur alfred hitchcock und sie unterhalten sich über hitchcocks gesamtes werk und hitchcock verrät vor allem wie er technisch gearbeitet hat was er sich handwerklich dabei gedacht hat wie schwer die umsetzung mit untergefallen ist er erzählt anekdoten von hinter den kulissen aber vor allem sieht man hier wie sehr das filme machen ein handwerk ist deswegen kann ich das buch wirklich jedem empfehlen der sich für filme interessiert der filme machen will was auch immer und hier ist auch diese schöne passage zu hitchcocks idee man könnte doch eigentlich auch mal einen film in einer telefonzelle drehen dazu schreibt er stellen wir uns doch mal ein liebespaar in einer telefonzelle vor ihre hände berühren sich ihre münder treffen aufeinander und zufällig schieben ihre köpfe ihre körper den hörer von der gabel jetzt ohne dass das paar es ahnt kann das telefonfräulein ihre intime unterhaltung verfolgen das drama ist um einen schritt weiter gekommen für das publikum dass diese bilder sieht ist es wie der erste abschnitt eines romans oder als ob es eine exposition auf dem theater lauschte so lässt eine szene in einer telefonzelle dem filmregisseur dieselbe freiheit wie das weiße blatt dem romancier also man sieht bei hitchcock auch immer diese idee ob man mit ganz wenig ganz viel erreichen kann und das kann man dort wunderbar lernen in diesem buch aber auch sehr viel mehr als wer sich für hitchcock interessiert muss sich damit beschäftigen dann ein buch das ich auch schon mal empfohlen habe aber ich werde nicht müde es zu empfehlen ist weniger ist mehr von michael kane hier lernt man wie eigentlich ein schauspieler zu arbeiten hat wie er sich zu verhalten hat hinterm set er darf sich nicht ins gesicht fassen er muss sich auf muss aufpassen beim rasieren er soll lange genug seine eigenen schuhe tragen bis er wirklich die filmschuhe braucht man fühlt sich doch besser in den eigenen schuhen solche praktischen tipps und was eigentlich schauspielkunst ausmacht das kann man dort erfahren und auch das ist wichtig wenn man kein schauspieler werden will aber wenn man schauspielerei beurteilen will dann ich weiß nicht ob die jeder kennt aber es gibt eine wunderbare reihe bei reklam über filmgenres und zwar halte ich in den händen filmgenre sportfilm kriegsfilm kriminalfilm ich habe alle bände davon und die sind wirklich grandios weil man dort die klassiker des jeweiligen genres aufgelistet bekommt mit einer inhaltsangabe mit einer kleinen analyse mit einer filmhistorischen einschätzung mit weiterführender literatur es ist wunderbar und man merkt bei diesen büchern vor allem dann immer was man alles noch nicht kennt und was man nachholen muss das schönste filmbuch ich habe es auch schon einmal erwähnt in meiner filmanalyse zu die vögel ist glaube ich wirklich die vögel der klassiker von alfred hitchcock so heißt das buch einfach von kamil palja eine durchaus umstrittende feministin das gebe ich zu aber so wunderschön wie sie szene für szene dieses meisterwerk von hitchcock beschreibt ist einfach wunderbar es ist kongenial möchte man sagen man sollte erst natürlich den film sehen dann das buch lesen dann wieder den film sehen dann vielleicht beides zugleich tun das ist absolut empfehlenswert ist aber glaube ich nicht mehr ganz so leicht erhältlich dann wenn man sich ein bisschen für die 40er jahre in hollywood interessiert ist dieses buch das sehr geschwätzig ist aber ganz interessant von otto friedrich mag der schönen lügen die geschichte hollywoods in seiner großen zeit und er erzählt wie diese großen filme zustande gekommen sind zum beispiel casaplanka vom winde verweht aber er beschreibt auch wie deutsche künstler österreichische künstler in hollywood sind sie sind ja im exil fliehen vor den nazis und da sind wunderbare geschichten zu finden zum beispiel über alma maler werfel die witwe im wahn wie sie genannt wird also die witwe von gustav maler und wirklich ergreifendste der bewegendste mann den ich je kennengelernt habe war maler ja so war alma maler werfel auch sehr schön noch die anekdote überliefert als werfel dann starb gab es eine beerdigung bei der lotte lehmann sagen und so weiter und thomas mann war auch da wunderte sich aber dass alma maler also die ehefrau nicht zu gast war bei der beerdigung ihres mannes und sie sagte ganz lapidar ich bin nie dabei und so etwas kann man alles in diesem wunderschönen buch nachlesen also wer ein bisschen auf klatsch steht findet da viel wer es theoretischer möchte der sollte sich natürlich mit andré bazin beschäftigen was ist film dieser band herausgegeben von robert fischer ist im alexander verlag erschienen und er versammelt die großen essays von bazin zum zum film die sollte man sich auf keinen fall entgehen lassen diese essays wenn man gute filmkritiken lesen will ideologie kritischer natur mit sehr spitzer feder der sollte unbedingt einmal ein paar texte von carsten witte lesen zum beispiel in diesem band die im kino texte vom sehen und hören er schreibt hier wunderbar über marlene dietrich über billy wilder aber auch bösartiges über zara leander das ist alles sehr lesenswert und sehr gut bis heute wenn man im film schwelgen will wenn man sich verführen lassen will wenn man dieser magie des films anheim fallen will dann empfehle ich dringend dieses buch schläft ein lied in allen dingen texte zum film texte von dominic graf die texte die der großregisseur dominic graf hier über filme über kollegen geschrieben hat sind wunderbar sie haben eine literarische kraft und sie begeistern einen immer wieder neu für den film nach jedem text weiß man wieder warum man ins kino geht das kann ich auch sehr empfehlen und noch etwas philosophisches gesellschaftsphilosophisches ein buch den das ich sehr empfehlen kann vor allem wenn man sich für western interessiert hollywood westerns and american myth von robert b pippen auch ein buch das sehr zu empfehlen ist weil man sehr gut versteht wie eigentlich politische philosophie und western zusammengehören das war jetzt erstmal so ein kleiner theoretischer überblick beziehungsweise filmkritischer überblick was man so alles lesen kann natürlich gibt es noch viel mehr aber das ist jetzt mal das was mir so spontan eingefallen bin eingefallen ist was ich heute abend mitbringen möchte nun jetzt gibt es schon einige fragen auf die ich auch eingehen will es soll ja nicht ein monolog ist es trotzdem aber es soll nicht eine reine präsentation bleiben und zwar kommt hier zuerst welche bücher ich von slavoy shijek empfehlen kann oh sehr viele ich habe auch schon häufiger shijek bücher empfohlen und zwar ist da einmal das buch zu nennen auf verlorenen posten dass ich sehr schätze dann die suspension des ethischen wenn man sich vor allem für psychoanalyse und film interessiert dann liebe dich selbst wie dein symptom dann natürlich ich höre dich mit meinen augen und der zweite tod der oper und die bösen geister des himmlischen bereichs ist auch sehr zu empfehlen wenn man ein bisschen eine geschichte haben möchte des sogenannten real existierenden sozialismus des zwanzigsten jahrhunderts dann gibt es die frage wer ist für dich der bessere regisseur kubrick oder hitchcock das ist so eine schwierige frage denn besser suggeriert natürlich immer als sei man bei einem 100 meter laufen da kann man immer sagen wer am schnellsten durchs ziel gekommen ist regisseure haben ja sehr unterschiedliche qualitäten und bei hitchcock und kubrick gilt das auch ich kann zunächst einmal die frage ganz einfach beantworten wenn sie heißt wer ist dir lieber dann würde ich sagen hitchcock hitchcock ist der regisseur den ich am liebsten sehe und den ich mir immer wieder ansehen würde und wenn ich mich entscheiden müsste wenn es dieser regisseur sein müsste für die einsame insel dann wäre es sicherlich hitchcock und nicht kubrick wenngleich ich viele kubrick filme absolut liebe wie zum beispiel barry linden oder natürlich auch clockwork orange und eigentlich fast alle außer die aus mir die sehr frühen mit denen ich nicht allzu viel anfangen kann nur so eine filmhistorische wertschätzung kann ich da aufbringen muss ich sagen sind die kubrick filmer bis zum letzten großartig ich würde aber sagen dass vielleicht hitchcock doch für die gesamte filmgeschichte dann noch ein wenig bedeutender ist indem er wirklich dieses nicht nur filme drehen sondern dass man filmisch denkt und dass man zeigt dass man mit dem film eine eigene sprache entwickeln kann also diese idee des mcguffin diese wiederkehrenden symbole diese klarheit die diese oft psychisch verworrenen geschichten haben an den taglingen das ist etwas wo hitchcock wirklich fast so etwas wie ein eigenes alphabet veröffentlicht hat an dem sich alle filmemacher danach orientieren können auch kubrick hat für große innovationen gesorgt ich will das auf keinen fall kleinreden aber ich würde doch sagen hitchcock hat so eine erste sprache erst einmal für das kino geschaffen und da ist glaube ich kubrick jemand der mit vielen zungen sprechen kann der auch ganz unterschiedliche filmen macht aber vielleicht ist bei hitchcock doch wirklich so das suchen nach einer sprache des kinos das interessante dann werde ich gefragt ob ich den film 39 99 kenne ja ich kenne auch dass die romanvorlage und würde auch sagen dass die romanvorlage ein bisschen stärker ist als der spielfilm aber beides nicht schlecht gerade auch mit bezug auf das influenza marketing denn wie wir ja wissen die influenza die wollen ist ja immer ganz aufrichtig und ehrlich haben wir haben es ja bei finn kliemann jetzt auch noch mal gesehen und dieser film hat doch meines erachtens einen viel ehrlicheren blick auf die marketing welt und man kann ihn so ein bisschen einordnen diesen film irgendwo zwischen fight club und american psycho würde ich sagen er kommt nicht ganz auf diese höhe gewiss aber diskursiv sind diese filme doch in einem gewissen dialog zueinander welchen kabarettisten oder satiriker kann ich empfehlen oje ich bin da tatsächlich niemand der sich viel mit kabarett oder so auseinandersetzt ich mag den komedien jean philipp kindler wenngleich ich da befangen bin da ole jean philippe und ich am 15 juni ja also schon in zwei wochen oder in zehn tagen in düsseldorf gemeinsam auftreten ich kann tatsächlich mit dem politischen kabarett nicht so viel anfangen für mich war das immer so ein lachen über das was ich ja auch schon mittags in der spiegelkolumne gelesen habe ich habe meine probleme damit ich bevorzuge gute komödien und gute komödianten aber satiriker sind gar nicht so mein feld und mit den aktuellen kenne ich mich auch gar nicht so aus ich finde da manche videos toll von was was ricky gelveys schon mal vom stapel lässt oder wenig ja sehr sehr schätze ist john rivers die sehr böse sehr politisch unkorrekt ist sie ist ja leider schon verstorben aber man kann sich herrliche auftritte bei youtube ansehen ich kann es jedem empfehlen aber sonst ist für mich kabarett also so im politischen sinne gar nicht so entscheidend deswegen kann ich da nicht viel sagen nun mal eine ganz andere frage ob ich für das wahlrecht ab 16 bin sagen wir so ich bin nicht dagegen ich glaube auch aber auch nicht dass das in irgendeiner weise etwas positiv ändern würde die idee ist ja ein bisschen die jungen leute werden dann anders wählen werden sich anders verhalten ich meine schauen wir uns jetzt an die sogenannten jungen bilden von den grünen oder so wenn es ja hart auf hart kommt dann lassen die auch mal tik tok ruhen und stimmen auch für die aufrüstung also es verändert sich ja eigentlich nichts ob da jetzt 24 jährige im parlament sitzen oder 64 jährige habe ich zunehmend den eindruck insofern weiß ich nicht ob das viel ändern würde der fdp würde ist sicherlich helfen wenn man jetzt auch schon ab 16 wählen kann sollte man sich also auch noch mal gedanken drüber machen womit das zusammenhängt aber ich habe nichts dagegen ich glaube nur nicht dass das in irgendeiner weise unsere probleme lösen wird sondern es wird so bleiben wie es ist nur dürfen dann noch mehr partizipieren dann gibt es die frage ob ich koreanisches chinesisches und japanisches kino rezipiere die antwort ist momentan rezipiere ich fast nur hollywood kino das liegt aber am buch aber natürlich hat hollywood einen besonderen schwerpunkt bei der filmanalyse hin und wieder gibt es mal deutsche filme oder was aus europa aber es gibt doch ganz selten filme aus anderen regionen das liegt aber an der ideologie kritischen ausrichtung dieses kanals und da geht es um andere dinge weshalb ich ja nicht hier quasi kunst kino zum beispiel vorstelle interessanter wäre dann auch tatsächlich wenn man ideologie kritisch auf etwas blickt sich mit chinesischen blockbustern auseinanderzusetzen was ich auch schon getan habe und was ich auch nach wie vor immer mal wieder tue beim japanischen kino ist es dann doch eher das kunstkino der 90er jahre aber auch der 50er jahre vom koreanischen film habe ich zu wenig ahnung will mich aber auf jeden fall mehr damit beschäftigen wenn hollywood man nicht mehr so ganz wichtig für mich ist wie gerade aber damit wird doch eigentlich schon was ganz interessantes angesprochen nämlich wir haben ja diese tendenz wir brauchen eine neue kultur der diversität und wir brauchen vielleicht quoten im film und wir brauchen richtlinien wie sie bei amazon vorherrschen und all diese sachen und jetzt muss man aber mal nicht nur über das kino nachdenken sondern gehen wir mal zu den streaming diensten es gibt ein interessantes buch von der medienwissenschaftlerin amanda die lots dass ich mit stefan schulz auch zusammen jetzt oder dass ich vorstellen werde zusammen machen wir den 29er podcast und im salon werde ich dann nächste woche über dieses buch sprechen und da fragt sie sich was verändert sich eigentlich durch die streaming dienste und sie gibt eine sehr gute antwort in dem buch sie gibt viele gute antworten aber eine ist besonders interessant die ganz offensichtlich ist man erreicht beim streaming dienst auch ein großes publikum aber man erreicht nicht ein publikum sondern es gibt verschiedene zuschauer gruppen und netflix muss nicht eine große zuschauer gruppe erreichen das kino muss das das blockbuster kino weiß jetzt ist donnerstag die leute gehen ins kino und jetzt muss der film sich innerhalb von drei vier tagen bewähren also macht man einen super helden film der zugleich noch familienfreundlich ist und noch alle identitäten irgendwie mit abholt damit alle eigentlich zufrieden in diesem saal sitzen können das ist also der minimal konsens den man produzieren muss und dieser minimal konsens wird dann noch stärker wenn man sieht man muss eigentlich einen globalen markt bedienen und dieser globale markt sieht dann so aus dass auch zuschauer in indien china deutschland frankreich amerika mit ihren familien im kino sitzen und irgendwie von dieser geschichte die da erzählt wird affiziert werden sich mit den figuren identifizieren können wie ist es aber jetzt bei netflix jetzt haben wir ja da so ein phänomen wie squid game da kann man sagen toll unglaublich erfolgreich aber für netflix ist ja gar nicht so entscheidend ob wir nun wirklich alle squid game gesehen haben was ist für netflix entscheidend dass wir alle ein netflix abo haben nun erreicht netflix einige die jetzt hier heute abend zu sehen in dem netflix dokumentation zeigt andere wollen romantische komödien sehen andere wollen vor allem krimiserien sehen andere wollen problemfilme sehen was auch immer und dann gibt es überschneidungen so aber es gibt zuschauer cluster an diese muss sich der streaming dienst richten und das einzige worum es dem streaming dienst geht ist dass die abonnentenzahl wächst und dass sie nicht kleiner wird und das leute die ja netflix abo haben nicht abspringen wie die dann jeweils selig zu machen sind ob mit kleinen filmen mit großen serien mit irgendwelchen hypes das ist egal hin und wieder braucht netflix diese hypes um vielleicht auf sich aufmerksam zu machen aber netflix ist nicht so auf ein massenpublikum angewiesen wie wir das vom kino kennen das kino kann einfach nicht 17 filme donnerstags rausbringen die alle sehr teuer waren und dann verteilt sich da überall so das publikum drauf das ginge nicht sondern es kann nur ein zwei blockbuster pro woche geben oder vielleicht auch nur alle zwei wochen geben und die müssen diesen minimal konsens erreichen und das hat dann auch zur folge dass das kino natürlich nicht so divers ist wie die filme wenn man sie mal alle zusammen nimmt die zum beispiel bei einem streaming dienst angenommen angeboten werden und das hat dann auch zur folge dass es diese starke hollywood dominanz im kino gibt wann ist dann mal wirklich ein film aus indien in den deutschen kinos zu sehen irgendwo in den programm kinos ja aber es ist doch gar nicht denkbar dass ein film plötzlich so furore macht wie gerade der indische film auf netflix rr der sehr eigenartig zu sehen ist aber durchaus interessant ist ich habe den jetzt gerade gesehen das ist etwas was so im kino überhaupt keinen platz hätte was aber bei netflix funktioniert weil der gar nicht jetzt für ein deutsches publikum oder ein westliches massen publikum gemacht wird sondern dieser film ist in afrikanischen ländern sehr erfolgreich in indien sehr erfolgreich und dieser film findet dann durch diesen hype auch plötzlich den weg zu westlichen zuschauern also da verschiebt sich sehr viel ob das für die filmgeschichte dann so auch sich entwickeln wird dass wir die filmgeschichte noch mal ganz anders wahrnehmen das bleibt abzuwarten aber generell gilt es natürlich da den blick zu erweitern ich gebe aber auch zu bedenken hollywood hat noch so viele schätze die nicht gehoben sind wir reden dann auch doch immer sehr häufig über 20 30 klassiker dass ich jetzt in den letzten monaten wirklich begeistert war welche großartigen filme ich entdeckt habe und ein paar empfehlungen habe ich heute auch noch dabei es gibt die frage wie sind sie zur mode gekommen und was bedeutet die mode für sie im film was für ein stellenwert hat die mode für sie im leben wie ich zum mode gekommen bin ist schwer zu sagen ich habe mich immer für mode interessiert ich fand immer dass das ein interessantes handwerk ist dass ich überhaupt nicht beherrschte aber dass man versucht sich zu kleiden so dass es einem entspricht dass es vielleicht positive seiten betont andere seiten kaschiert das fand ich immer auch als ein zivilisatorischen prozess den ich großartig finde dass man diese art der kultiviertheit entwickelt und sich mit solchen dingen auseinandersetzt die natürlich luxus sind aber gerade der luxus macht ja die schönen seiten des lebens auch aus und mit luxus meine ich jetzt gar nicht dass mode besonders teuer sein muss das muss sie nicht und gerade auch viele teure sachen können ungeheuer geschmacklos sein aber für mich hat sich das dann mit dem anzug irgendwann auch so ergeben dass ich nicht so viel über meine eigene kleidung nachdenken muss weil es relativ klar ist die form der anzug und dann kann man natürlich innerhalb dieser form variieren und das mache ich auch gern aber ich muss mich nicht allzu lange damit beschäftigen und brauche auch nicht lange um mich anzuziehen drei minuten bin ich inklusive krattenknoten und so fertig das heißt das ist schon alles sehr routiniert bei filmen stelle ich fest dass die kleidung eine ganz große rolle spielt weil man kleidung wahnsinnig gut vor der kamera inszenieren kann man muss sich nur mal schwarz weiß filme ansehen da gibt es ja keine farben aber man kann mit der stofflichkeit mit der materialität arbeiten es ist furios und deswegen glaube ich ist der film und die mode ganz eng miteinander verbunden ja man kann sagen die mode strukturiert in gewisser weise den film und der best angezogene mann ist natürlich carrie grant da besteht kein zweifel man sollte sich diese filme mal ansehen also manchmal gibt es ja diese komischen codes wie was sollen männer anziehen oder so die antwort ist einfach carrie grant und dann braucht man sich nicht mehr mit den anderen coaches beschäftigen und bei den frauen ist es natürlich dann noch mal viel facettenreicher also man muss sich ja nur mal zum beispiel über den dächern von nizza ansehen mit grace kelly oder überhaupt grace kelly filme ansehen man muss film noir filme sehen wie dort kleider inszeniert werden marlene dietrich zum beispiel hatte ja kostümproben die bis zu acht stunden dauerten bis sie dann wirklich auch optimal dieses kleid auf sich angepasst hatte so wie sie sich das vorstellte marlene dietrich drehte ja auch immer so dass man ihr einen stand spiegel hinschob sie sich komplett darin sehen konnte und dann rief man ihr eigentlich noch mal kurz den text zu und dann hat sie die szene gedreht aber es ging eigentlich immer nur um die wirkung ihrer person in dem perfekten kleid vor der kamera und deswegen glaube ich mode und film gehören zusammen und es ist ein bisschen schade dass es stark verloren geht also in den 90er jahren gerade so in diesen doch so ein bisschen an miami weiß angelehnte geschichten in den gangster film so da war das doch auch noch dieses spiel mit mit anzügen war doch viel facettenreicher und heute sehen immer alle so aus als hätte man sie irgendwo in berlin ausgesetzt das finde ich ein bisschen schade also da sollte man eigentlich wieder modisch mehr wagen in tenet der film muss natürlich heute abend wenigstens einmal erwähnt werden da tut christopher nolan das ja sehr gut deswegen kann ich das nur empfehlen sich mit mode und film auch zu beschäftigen was nicht immer gleich bedeutet dass man das dann nachkaufen muss gefragt werde ich auch ob ich fernsehen schaue und die antwort ist ja ich schaue hin und wieder mal fernsehen aber eigentlich nie im fernsehen sondern ich gucke mir dann irgendwas in der mediathek auf dem laptop an aber auch da kaum feste sendungen eher irgendwelche alten sendungen bei youtube die ich mir nochmal dann ansehe vielleicht ein paar interviews von carl lagerfeld bei kerner oder lanz sowas vielleicht oder alte harald schmidt shows aber dass ich irgendeine sendung fest im fernsehen verfolge eigentlich nicht ich gucke mir natürlich so ein paar formate wiederkehrend gern an aber dann bei youtube wie zum beispiel sternstunden der philosophie aber sonst ist mein fernsehkonsum stark getrosselt diese ganzen politik talkshows nehme ich nur über twitter war wenn dort so kleine clips gemacht werden von den einzelnen auftritten und den reaktionen der moderatoren und ich muss sagen es wird ja immer blöder habe ich den eindruck aber es reizt mich jedenfalls nichts mich damit näher auseinander zu setzen dann gibt es die frage welche filme mich in meiner kindheit und jugend geprägt haben und dazu muss ich sagen es gibt nicht diesen kinder oder jugend film der mich geprägt hat das ist ganz eigenartig fast alle menschen haben ja solche filme die haben filme wo sie sagen ja da kann ich mich genau daran erinnern oder das war der film den habe ich dann jahrelang geguckt oft ist es dann der könig der löwen oder sowas und bei mir hat es das nicht gegeben also ich habe zwar hin und wieder filme gesehen und war auch hin und wieder im kino und da sind auch ein paar blasse erinnerungen irgendwo da aber es gibt nicht den film der mich entscheidend geprägt hat sondern meine eigentliche filmische prägung begann erst so mit 12 13 14 als ich dann aber angefangen habe mich mit filmen schon zu beschäftigen noch nicht vielleicht auf dem niveau wie ich das heute tun würde aber ich habe mich schon mit regisseuren auseinander gesetzt habe geguckt wer spielt womit und das sind die schon genannten mal edgar wallace filme oder das sind agatha christie verfilmung also der krimi hat mich immer sehr angezogen dann kam später hitchcock hinzu aber das war eigentlich so die beschäftigung mit film klaus kinski fand ich hochinteressant deswegen habe ich mir bestimmt 30 40 filme mit klaus kinski angesehen natürlich auch die fulminanten von werner herzog aber es ist keineswegs so gewesen dass ich irgendwelche ich war ein merkwürdiges kind fällt mir gerade auf also ich habe keine keine filme die mich als kind geprägt haben deswegen fällt es mir auch nicht schwer vielleicht über filme die andere sehr lieb gewonnen haben sehr böse zu reden weil ich da nichts kaputt machen muss es ist nichts da und ja es ist eigenartig aber tatsächlich ist es so also mein filmisches leben erleben beginnt eigentlich so mit 12 13 jahren und dann ist auch da so ein vehementer wunsch da mich mit filmen auseinander zu setzen haben sie einmal ein film gesehen von dem sie glauben dass er gecancelt gehört nun bin ich ja ein gegner der cancel culture und würde dann doch so liberal sein dass ich selbst til schweiger filme bin ich die macht hätte ja wenn ich jetzt der kulturminister von deutschland wäre oder so selbst wenn ich die macht hätte würde ich die filme nicht canceln ich würde aber dafür sorgen dass er keiner mehr machen kann also es würde nicht noch weiter gelder geben aber generell habe ich glaube ich noch keinen film gesehen den ich in dem sinne canceln würde ganz im gegenteil ich finde es ja gerade gut dass man sich mit allen filmen auseinandersetzen kann es ist ja immer eine frage der haltung wie sieht man sich einen film an mit welchem vorwissen oder mit welcher brille blickt man auf einen film und dann kann auch kein film gefährlich werden deswegen bin ich auch ein vehementer gegner dieser cancel culture ich frage mich immer vor wem muss eigentlich ein film vor wem muss da wer muss vor wem beschützt werden frage ich mich da eigentlich also ein film wird gecancelt der soll nicht mehr gezeigt werden und dann glaubt man weil dieser film einen schlimmen einfluss hat auf ein publikum dass man sich imaginiert aber welches publikum imaginiert man sich dann eigentlich man imaginiert sich ein unmündiges publikum das nicht für sich selbst mehr entscheiden kann und sagen kann dieser film ist schlecht oder dieser film ist rassistisch oder dieser film ist menschenverachtend was auch immer das muss ja ein publikum leisten können beziehungsweise man muss dem publikum auch die möglichkeit geben diese leistung zu erbringen es müsste ja vielmehr darum gehen ein publikum zu haben also bürger zu erziehen und ich sage bewusst erziehen weil es natürlich auch eine pädagogische komponente hat das in der lage ist auch den rassistischen film zu sehen und ihn einzuordnen als irgendjemanden davor zu beschützen denn dann halte ich ja eigentlich das publikum dumm und sage wobei wobei wenn dieses publikum das sieht dann wird es am ende noch tobsuchsanfällig das lassen wir mal lieber wir sperren diesen film aus der öffentlichkeit raus und halten die öffentlichkeit unaufgeklärt weil wir eh nicht an die aufklärung der öffentlichkeit glauben und ich glaube an die aufklärung der öffentlichkeit deswegen mache ich auch die filmanalyse und ein aufgeklärtes publikum kann jeden film sehen ohne danach am rad zu drehen und deswegen halte ich generell das canceln und zensieren von film zum schutze von irgendjemanden für absolut blödsinnig ich glaube eher dass die die leute die nach so einer zensur schreien sich selbst nicht so genau trauen dass sie selbst nicht in irgendeiner weise anfällig für etwas sind was da in dem film repräsentiert wird und deswegen wollen sie sich lieber vor sich selbst schützen aber das können sie ja tun dann brauchen sie den film ja einfach nicht sehen was ist unerträglicher marvel oder dc da ist natürlich die antwort beides ist schlimmer aber dc hat doch jetzt in der vergangenheit häufiger positiv wieder überrascht oder wenn dann greifen sie so richtig daneben insofern ist meine antwort doch vielleicht ja dc ist dann immer noch ein bisschen spannender da kann dann mal irgendetwas passieren dann gibt es die frage nach dem lieblings schriftsteller die ist ein bisschen schwer zu beantworten es gibt sicherlich nicht nur den einen und es ist zum einen bestimmt aderbert stifter der für mich sehr wichtig ist wegen dieser unglaublich großartigen landschaftsbeschreibungen da ist aber auch jemand wie thomas mann der für mich sehr prägend war ich kann mit dem werk von martin walser sehr viel anfangen aber ich habe tatsächlich literatur heute mitgebracht weil ich ja auch immer wieder gefragt werde was man lesen sollte und ich habe mal überlegt was sollte man eigentlich lesen und dachte ich kann ja jetzt hier nicht literaturkanon zusammenstellen aber ich habe einfach mal gedacht wenn man jetzt zum beispiel filmemacher werden will oder wenn man sich mit filmen beschäftigen will wenn man sehen wie welche bandbreite es eigentlich in film geben könnte dann ist es manchmal gut auf ein anderes medium zu wechseln und sich damit auseinanderzusetzen was da eigentlich alles möglich ist und vielleicht kann man davon etwas in den film transferieren oder vielleicht relativiert das auch manches was man so im film sieht und da habe ich einiges mitgebracht und zwar einmal ein roman der auch verfilmt wurde sehr gut verfilmt wurde von hitchcock nämlich von patricia highsmith zwei fremde im zug ich kann sagen patricia highsmith ist eine grandiose schriftstellerin man sollte sie nicht einfach so als krimi autorin bezeichnen sondern sie ist eine grandiose schriftstellerin ich habe viele romane von ihr gelesen kein einziger war schlecht und diesen roman habe ich herausgesucht weil er sehr früh den ruhm von patricia highsmith begründet hat und auch weil dieser roman etwas sehr schönes einem zeigt nämlich wie komplex eigentlich die psyche eines menschen ist oder die psyche mehrerer menschen da treffen sich ja zwei männer im zug und unterhalten sich und es ist so eine lapidare unterhaltung und der eine ist sehr neugierig und fragt nach will privates wissen der andere wiegelt eher ab bis er an so einen punkt kommt wo der andere dann doch sich ein bisschen öffnet und da erzählt und irgendwo gibt es ja vielleicht einen menschen so ist diese these des romans den man nicht magt ja den man den man richtig hasst den man vielleicht am liebsten ermorden würde und darüber reden sie und sie spinnen das immer weiter und auch dieser andere fremde der erzählt jetzt der hat da auch so einen menschen und dann wird einmal so diese idee ausgesprochen man hätte eigentlich das perfekte alibi wenn sie über kreuz morden würden der eine bringt den angehörigen des anderen um und so hat jeder das perfekte alibi nie würde jemand darauf kommen dass es eine verbindung gibt sie sind sich ja zufällig im zug begegnet das ist der plot aber dann wird es natürlich hochinteressant wie diese psychen dargestellt werden welche charaktere patricia highsmith schaffen kann und ich muss dann wenn ich highsmith gelesen habe immer lachen wenn so gesagt wird ja toll wie dieser marvel charakter sich jetzt da entwickelt hat denn wir haben jetzt in film avengers teil 7 erfahren ach der hatte noch einen kleinen bruder und der lebt aber nicht mehr und deswegen ist er so geworden ja das ist wirklich küchenpsychologie aber hier sehen wir eigentlich wie ja komplex und abseitig und mitunter böse und schillernd die menschliche psyche ist deswegen empfehle ich jedem der wirklich mal ein drehbuch schreiben will und eine gute figur braucht bei highsmith nachzulesen wie man wirkliche figuren schafft mit ordentlich fleisch dran weiter empfehle ich weil wir jetzt eben schon mal kurz über cancel culture gesprochen haben ein roman der komischerweise so ein bisschen in vergessenheit geraten ist dabei stammt er von einem der größten amerikanischen schriftsteller überhaupt nämlich philip ross der hat einen roman geschrieben der heißt der menschliche makel und dieser roman spielt an einer universität und da gibt es plötzlich eine sexuelle affäre und da gibt es einen rassismus vorwurf gegen einen professor und da gibt es dann so eine hexenjagd und dieser film der fasst hinein in das pralle leben der zeigt ein sittenbild amerikas der zeigt ein land voller brüderie und doppelmoral er zeigt eine gesellschaft die immer wieder reinheit verlangt die sich reinigen will und dann sich bauern opfer sucht also mehr ist dazu gar nicht zu sagen es ist ein absolutes meisterwerk und man sollte diesen roman absolut jetzt zum richtigen zeitpunkt lesen der menschliche makel und auch hier kann man wieder lernen wie großartig äh figuren konstruiert sein können und auch plots konstruiert sein können etwas anderes was mir sehr wichtig ist ist ein klassiker gustav lobert madame bovary harald schmidt fasste den plot mal zusammen frustriert frustrierte arztgattin nimmt rattengift das ist sicherlich auch ein teil der wahrheit aber äh dieser ehebruchs roman erzählt natürlich sehr viel mehr über die französische gesellschaft über die männer über die frauen über die liebe über die begierde es ist hinreißend zu lesen aber ich empfehle den jetzt gar nicht deshalb weil es ein toller roman ist sondern weil ich etwas äh daraus vorlesen möchte um auch mal deutlich zu machen wir sagen ja ganz schnell ein bild sagt mehr als tausend worte und wir können uns aber auch mal fragen stimmt das eigentlich immer welche bilder schafft eigentlich die literatur und ich lese hier aus einem kapitel anfangen die landschaftsbeschreibung vor da heißt es yonville labai so genannt nach einer einstigen kapuziner abtei von der nicht einmal mehr die ruinen übrig sind ist eine ortschaft die acht meilen von rohan entfernt zwischen der straße von abville und der nach boves liegt am ende eines von der rielle bewässerten tals die rielle ist ein kleiner nebenfluss der andel in mündungsnähe treibt sie drei mühlen und ein sonntagsvergnügen der dorfbuben ist es ihre wenigen forellen zu angeln man verlässt die landstraße bei la bourgeoisie und geht dann in der ebene bis zur anhöhe von lille von wo aus man das tal als vor sich liegen sieht der fluss der es durchzieht teilt es gleichsam in zwei gegenden verschiedenen charakters zu linken ist alles grasland zu rechten alles ackerland die wiesen ziehen sich unter einem streifen niedriger hügel hin und schließen sich dahinter an die weiten des pedebrä an während auf östlicher seite die ebene sanft ansteigt breiter wird und so weit das auge reicht ihre gelben kornfelder ausstellt das am wiesenrand fließende wasser trennt als weiße scheitellinie die farbe der wiesen und die der ackerfurchen und so gleicht das land einem großen auseinandergefalteten mantel der einen grün samtenen von silbener litze eingefassten kragen hat warum lese ich das vor weil nicht nur hier die kraft der literatur zu spüren ist sondern ich glaube wenn man filme macht muss man auch fragen ob man mit einer kamera ein solches bild evozieren kann es ist ja leicht eine kamera anzumachen und zu sagen da ist eine landschaft und viele filme sehen auch so aus beliebig aber wenn die kamera wirklich poetin werden muss dann wird es interessant und deswegen kann gerade die schreibende literatur einem glaube ich sehr helfen wenn man auch einen filmischen blick für etwas gewinnen will noch etwas möchte ich empfehlen wenn man mal einen guten plot lesen will einen rasanten krimi der aber eine gesellschaftsphilosophische dimension hat und eine sprache die einen umhaut dann muss man diese großartige novelle von heinrich von kleist lesen michael kohlhaas die schon hochinteressant beginnt da heißt es an den ufern der hafe lebte um die mitte des 16 jahrhunderts ein rosshändler namens michael kohlhaas sohn eines schulmeisters einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten menschen seiner zeit und warum ist dieser mensch so entsetzlich geworden nun er ging mit seinen pferden in ein anderes fürstentum er hatte da einen keinen konflikt er sollte die pferde da lassen man versprach ihm die pferde wieder zu geben die pferde aber waren heruntergehungert ja und was will michael kohlhaas er will gerechtigkeit und er ist dafür zu allem bereit in gewisser weise haben wir hier auch schon diese großen vigilanten filme vorweggenommen unbedingt kleist lesen und zum schluss noch eine erzählung von thomas mann die glaube ich jedem helfen kann der selbst künstlerische ambition hat oder versuchen will künstler zu verstehen man ist sehr schnell in der moderne dabei darüber hinweg zu fegen und zu sagen naja das ist alles nur so ein bisschen genie kult künstler sind halt auch nur lohnarbeiter in anderer sache was weiß ich aber ich glaube man unterschätzt dadurch nicht nur vielleicht die künstlerseele sondern vielmehr auch noch die kunst und was sie vermag und dies ist eine erzählung tonio kröger von thomas mann die von einem jungen mann erzählt der sich zum künstler berufen fühlt und der hadert damit künstler zu sein denn eigentlich mag er ja lieb der hans hansen sehr dieser blonde sportliche junge der sich eigentlich nur für pferde interessiert aber tonio kröger ist irgendwie anders und er lernt dann eine frau kennen lisa wetter die auch anders ist mit der sich irgendwie doch in anderer weise versteht als er das sonst so kann und diese tauschen sich dann immer aus über das was eigentlich den künstler ausmacht und es gibt eine sehr schöne passage da heißt es dann tonio kröger sagt es sagen sie nichts von beruf lisaveta die literatur ist überhaupt kein beruf sondern ein fluch damit sie es wissen wann beginnt er fühlbar zu werden dieser fluch früh schrecklich früh zu einer zeit da man billig noch in frieden und eintracht mit gott und der welt leben sollte sie fangen an sich gezeichnet sich in einem rätselhaften gegensatz zu den anderen den gewöhnlichen den ordentlichen zu fühlen der abgrund von ironie unglaube opposition erkenntnis gefühl der sie von den menschen trennt klafft tiefer und tiefer sie sind einsam und fortan gibt es keine verständigung mehr was für ein schicksal gesetzt dass das herz lebendig genug liebevoll genug geblieben ist es als furchtbar zu empfinden ihr selbstbewusstsein entzündet sich weil sie unter tausenden das zeichen an ihrer stirne spüren und fühlen dass es niemandem entgeht ich kannte einen schauspieler von genie der als mensch mit einer krankhaften befangenheit und haltlosigkeit zu kämpfen hatte sein überreiztes ich gefühl zusammen mit dem mangel an rolle an darstellerischer aufgabe bewirkten das bei diesem vollkommenen künstler und verarmten menschen einen künstler einen wirklichen nicht einen dessen bürgerlicher beruf die kunst ist sondern einen vorbestimmten und verdammten ersehen sie mit geringem scharfblick aus einer menschenmasse das gefühl der separation und unzugehörigkeit des erkannt und beobachtet seins etwas zugleich königliches und verlegenes ist in seinem gesicht in den zügen eines fürsten der in zivil durch eine volksmenge schreitet kann man etwas ähnliches beobachten aber da hilft kein zivil dieser wetter verkleiden sie sich vermummen sie sich ziehen sie sich an wie ein attache oder ein gadeleutnant in urlaub sie werden kaum die augen aufzuschlagen und ein wort zu sprechen brauchen und jeder mann wird wissen dass sie kein mensch sind sondern irgendetwas fremdes befremdendes anderes wer sich für die kunst interessiert kommt an dieser novelle nicht vorbei das war jetzt der kleine block mit literaturempfehlungen weil immer mal die frage danach kommt kommen wir zu tiefsinnigeren wo kaufen sie ihre klamotten nun ich kaufe meine klamotten mal da mal dort im internet oder in der stadt dann meistens in düsseldorf und ich habe jetzt nicht einfach irgendwelche präferierten geschäfte oder ja klar gehe ich in manche geschäfte häufiger aber ich gucke was mich so interessiert ich weiß natürlich auch wo es eher was für mich gibt und wo nicht und ich gehe meistens mit schon einer vorstellung schon mal hin also dass ich schon manchmal so die idee habe es müsste ein gelber anzug sein und dann findet sich vielleicht auch einer aber tatsächlich bin ich da relativ offen und kann auch nur jedem empfehlen beim einkaufen sich ein bisschen treiben zu lassen und ein bisschen dinge anzuprobieren und zu gucken was einem wirklich gefällt und dann muss man noch schauen ob man sich das auch leisten kann das ist manchmal das problem aber grundsätzlich gehe ich da ohne ein großes system ran und ich glaube dass man gerade jetzt auch im netz sehr viel im angebot an klassischer herren mode finden kann wenn man sich dafür interessiert aber wie gesagt es ist nicht so sehr eine frage des geldes beziehungsweise ist es doch interessant wenn man so diese fragen des preises sich mal vor augen führt diese ganzen sonderkollektionen limited editions die herausgegeben werden von irgendwelchen hip hoppern oder so kosten unglaublich viel geld und sind dann oft gar nicht besonders gut verarbeitet während man glaube ich ein relativ gut verarbeiteten anzug für viel weniger geld erstellen kann dann gibt es noch die frage welche parfums ich gerne trage ich trage gerne parfums von das wurde ich aber schon mal gefragt von einem modemacher der auch filme macht und ein film heißt single man und dieser modemacher macht ganz hinreißende unisex düfte und da sollte man sich auch ruhig mal trauen die düfte zu nehmen bei denen man sagt ach das ist aber ein frauenduft und umgekehrt sollten die frauen sich trauen mal die sogenannten herrendüfte wo man eher sagt ach das ist was für herren zu benutzen und man wird verblüfft sein wie unterschiedlich die dann auch wirken also das sind verfonds die ich sehr liebe und von denen ich mehrere habe und die ich auch täglich trage also nicht alle zusammen sondern immer abwechselnd natürlich meine meinung zu moment sich ein bisschen scrollen um das hier alles so zu sehen ob ich interesse an tattoos habe also nicht persönlich ich habe keine tattoos und will auch keine haben ich will ja schmerz vermeiden und deswegen und ich bin ja ein mensch der mode und mode bedeutet ja auch dass das in paar monaten wieder out ist und wenn ich jetzt dann denke ich müsste mir jetzt eine krawatte kaufen die ich auch noch in 50 jahren tragen kann also das kann ich wahrscheinlich mit vielen krawatten das könnte ich wahrscheinlich auch mit dieser krawatte aber die vorstellung finde ich eher furchtbar dass ich mich so festlegen müsste deswegen bin ich nicht der typ für tätowierungen da muss man sich ja festlegen also ich weiß man kann da irgendwas weg lasern oder so aber in der regel macht man das ja schon damit es bleibt und das ist nicht so mein fall ich hätte nichts dagegen wenn alle drei monate tabula rasa in meinem kleiderschrank gemacht würde und ich hätte da komplett neue outfits hängen ich habe auch kein lieblingsstück oder so von daher will ich mich an nichts zu lange binden an irgendwelche materiellen dinge und auch nicht an tattoos aber es gibt da sicherlich interessante tattoos und das ist ja auch ein sehr ausgefeiltes handwerk aber eher nichts für mich zumal bei mir immer so viel verdeckt ist ich müsste es ja dann doch sehr für mich tragen oder müsste dann vielleicht die hände mehr tätowieren lassen ich glaube das ist gar nicht das richtige für mich experimentieren sie manchmal mit krawattenknoten zugegebenermaßen kaum eigentlich ist es immer der doppelte winzer hat wolfgang schmidt je jogginghose getragen ich will die frage ja wahrheitsgemäß beantworten da ich vor vielen jahren mal in einem fitnessstudio angemeldet war eigentlich nur um soziologische studien zu betreiben bilde ich mir ein habe ich für diese zwecke eine jogginghose gehabt denn das kann man mit der anzugshose ja sehr schlecht auf diesen geräten und diese jogginghose ist aber dann auch nie mehr eingesetzt wurden insofern das war dann ein sehr kurzer abschnitt auch ein kurzer zeitabschnitt des tages wo ich dann mal diese jogginghose getragen habe aber sonst kann ich nach wie vor sagen nein ich besitze keine wir wollen nicht zu viel über mode reden aber hier gibt es noch mal äh die frage nach anzugstipps ob ich für anfänger da ähm tipps habe wo und für wie viel kaufen also man kann im internet anzüge kaufen über die bekannten plattformen die muss ich ja jetzt hier nicht influencerhaft nennen man kann aber auch ins geschäft gehen man sollte ähm ein bisschen gucken welcher anzug steht einem wirklich gut man muss auf ein paar dinge achten die hose sollte nicht zu lang sein die ärmel sollte nicht zu lang sein die manschette sollte noch raus kommen man muss ein hemd kaufen dass man gut schließen kann dass nicht am hals zu eng ist oder zu weit ist ähm man muss ähm man muss äh am besten einen anzug wählen indem man sich auch über stunden wohl fühlt äh da hilft es sehr wenn man einen anzug hat der auch äh nicht zu sehr aus polyester und so weiter ist äh das ist nicht besonders atmungsaktiv und so das ist nicht besonders angenehm also ich bin da doch sehr äh bei den klassischen stoffen zu hause und dann sollte man äh schauen äh was will man mit dem anzug also ist das ein anzug den man für äh äh den beruf braucht äh dann sind ja ohnehin äh die farben äh äh wenn man jetzt von der bank oder äh als notar oder sonst wo arbeitet oder oder bei steuerberater ist die farbpalette ja relativ begrenzt dann geht gehen grautöne äh dunkle blautöne ich würde empfehlen ein dunkelblauer anzug also so einen wie ich ja jetzt auch einen trage äh der geht immer den kann man auch überall anziehen damit kann man ins äh restaurant gehen damit kann man auch in einen club gehen was auch immer äh das heißt das finde ich eigentlich ist ein idealer einstieg wenn man sich äh äh an anzüge herantasten will und dann guckt man mal dann äh sieht man vielleicht noch einen grauen oder für den sommer äh was äh in heller in beige oder so an äh äh wenn man äh generell ein bisschen extrovertiert ist dann kann man auch gleich äh zu farben greifen bei farben muss man natürlich ein bisschen aufpassen also sollte nicht der erste anzug vielleicht knallrot sein denn wenn man diesen anzug dann häufig anzieht und äh die leute schon sagen da kommt er wieder mit dem roten anzug ist auch ein bisschen komisch also deswegen empfehle ich bei diesen sehr drastischen farben dann vielleicht ein bisschen zu warten bis man eine gewisse auswahl hat dass man nicht darauf angewiesen ist äh jeden tag äh äh rumzulaufen äh wie roberto blanco oder wolfgang m schmidt deswegen ist es äh glaube ich da doch äh interessanter erstmal mit dunkelblauen anzügen oder sowas anzufangen äh wichtig ist äh dass äh der anzug gut sitzt und das sieht man wenn man in den spiegel schaut und wenn man auch dann mal einfach größen äh vergleicht und wenn man das glück hat dass man von der stange äh so reinkommt also bei mir ist das der fall dass ich von der stange anzüge kaufen kann und die passen dann dann ist das wunderbar oder da müssen wir irgendwo zwei zentimeter äh äh gekürzt werden aber mehr passiert da nicht äh wenn man eine etwas kompliziertere figur hat dann kann man auch ähm auf maßkonfektion gehen das heißt man bekommt nicht einen kompletten maßanzug das kostet ja viel zu viel da ist man gleich bei 2000 3000 euro bei maßkonfektion äh gibt es halt dann äh gewisse Dinge die sind schon vorbestimmt also wie die wie die passform so in etwa ist und dann wird das aber nochmal an einen selbst angepasst und dann in auftrag gegeben damit kann man auf jeden fall äh sehr weit kommen dass man sich überall damit sehen lassen kann aber grundsätzlich äh kann man erstmal damit anfangen zu gucken was es von der stange so gibt kommen wir zu etwas anderem nämlich zur frage des kinos da wird gefragt wird es in zehn jahren noch kinos geben tja das ist eine große frage ich sage mal so die Pandemie und vor allem die Pandemie Politik hat den Kinos nicht gut getan viel zu spät durften die Kinos wieder öffnen viel zu hart waren dann auch noch die Auflagen als man schon äh zwei dreimal durchgeimpft waren das hat viele Leute auch dann erstmal von den Kinos abgeschreckt wenn man jetzt mal mit Kino Betreibern spricht dann sagen die das natürlich dass sie noch immer nicht äh das Publikum zurück haben das mal da war viele Leute sind immer noch überängstlich das ist ein ganz großes Problem für die Kinos in doppelter Hinsicht nicht nur bleiben die Zuschauer aus sondern viele sagen sich auch soll ich überhaupt meinen Film im Kino an den Start bringen oder es ist nicht viel besser wenn ich möglichst viele erreichen will wenn ich auf den Streaming Plattformen stattfinde und dadurch verliert natürlich das Kino enorm an Stellenwert wir werden jetzt in der endemischen Phase sicherlich da Besserungen erleben aber ich glaube es muss auch ganz klar sein und da muss einfach dann auch der müssen alle bis in den ersten aufstehen das Kino darf jetzt nicht nochmal zugemacht werden also es kann nicht wieder sein wenn man irgendwie sagt jetzt haben wir doch wieder eine steigende Inzidenz wir machen jetzt wieder die Kinos zu als wäre irgendwie gerade in Kulturzentren wird am meisten viral verbreitet ja also da muss man jetzt ganz klar gewährleisten dass die Kinos auch offen bleiben und dass die langfristig wieder planen können denn sonst sonst ist das einfach für die jetzt der Todesstoß denn die Leute haben sich jetzt schon an die Streaming Dienste gewöhnt die Film treibenden Produzenten und so weiter gewöhnen sich auch an die Streaming Dienste und dann haben die Kinobetreiber das nachsehen dann können die sich noch so bemühen ich glaube allerdings dass das Kino nicht verschwinden wird ich könnte mir schon vorstellen dass es nochmal weniger Kinos werden dass einige dieser noch auch immer während der Krise nicht überleben werden und wenn der Staat da nichts tut und ich gebe mich da keinen Sehnsüchten oder Hoffnungen hin dann wird das auch tatsächlich nochmal dazu führen dass einige Kinos verschwinden und wir haben seit Neumann nicht mehr Kulturstaatssekretär das haben wir auch niemanden mehr der sich für das Kino wirklich einsetzt die Krütters hat das nicht getan und von Claudia Roth gut darüber wollen wir ja nun gar nicht sprechen die läuft mal bei der Berlinale über den roten Teppich aber damit ist dann ihr Virtual Signaling für Kino getan insofern sind die Kinobetreiber da auch sehr auf sich allein gestellt und es liegt an den Zuschauern dann in irgendeiner Weise diese Kinokultur die sehr wichtig ist hochzuhalten und da glaube ich wird man nochmal Abstriche machen müssen so schlimm das klingt ich glaube allerdings nicht dass wir in 10 Jahren dann kein Kino mehr haben sondern das Kino wird dann ein Ort werden der besonders ist und wo man auch immer wieder hingeht es wird wahrscheinlich noch nicht ganz so marginalisiert sein wie das Schauspiel oder die Oper aber tatsächlich geht der Weg des Kinos ein bisschen in diese Richtung und bislang sehe ich da nicht irgendwo eine große Tendenz das dagegen gesteuert wird und das wird man durch Eventisierung allein durch Filmfestivals und so nicht aufhalten können das ist sehr schade ich bedauere das sehr und genieße auch es dass man wieder in die Kinos gehen kann zum Teil gucke ich mir Filme an einfach nur weil ich im Kino mal sein will gar nicht weil mich der Film so sehr interessiert und da bin ich sehr skeptisch ob das vielen noch so geht aber das ist schon sehr wichtig damit die Kinos auch wirklich so im Land erhalten bleiben es ist ja auch jetzt nicht von der Kinolandschaft zu sprechen wenn das in drei vier großen Städten noch der Fall ist sondern es muss ja wirklich flächendeckend sein und das war ja auch immer das Tolle am Kino dass man wenn man ein paar Kilometer fährt zumindest überall ins Kino gehen kann dann schaue ich nochmal auf die Liste wo sitzen sie wenn sie Literatur lesen Schreibtisch oder gemütlicher Sessel ich lese tatsächlich fast alles am Schreibtisch gemütlicher Sessel geht auch schon mal aber nie besonders lang aber das allermeiste lese ich am Schreibtisch ganz egal ob das Theorie ist oder ob das ein Roman ist glauben sie dass wir viel mehr Sex im Kino sehen sollten das ist eine sehr schöne Frage ich denke ja das Problem scheint mir aber dass der Sex woanders stattfindet das findet man auf Internet Plattformen und da hat man das hin outgesourced und sonst gibt es eine große Scheu und ich glaube die Angst ist auch nochmal größer geworden weil man sagt ach jetzt will man auch nichts falsch machen dann zeigen wir es lieber nicht und eben schon von mir angesprochen wir haben diese Tendenz alles muss ein großer familienfreundlicher Film sein und da hat dann Sex auch keinen Platz weil wir natürlich da die ganze Familie abdecken müssen und auch die noch unaufgeklärten Kinder die sollen auch nicht verschreckt werden insofern ist das ein großes Problem aber ich kann da sagen es gibt viele alte tolle Filme aus Hollywood und so und da geht es auch noch ans Eingemachte welcher ist dein Lieblings Wellbeck also Michel Wellbeck ist ja ein Schriftsteller der für mich sehr bedeutend ist ich halte ihn auch für einen der größten Schriftsteller unserer Gegenwart vielleicht sogar der größte und ich schwanke immer wieder ich habe ja jetzt seinen neuen Roman Vernichten auch mit großem Genuss gelesen fand Serotonin auch genial ich schwanke immer wieder und würde dann doch vielleicht sagen ja die Möglichkeit einer Insel ist schon herausragend aber ich kann mich kaum entscheiden welcher jetzt wirklich mein Liebster ist aber wenn ich jetzt gerade mich entscheiden müsste würde ich wahrscheinlich sagen ich würde jetzt gerade gerne nochmal die Möglichkeit einer Insel lesen dann werde ich gefragt ob ich gerne koche nein und auch nicht gut und deswegen versuche ich es einfach möglichst zu lassen ist der Anzug nicht ein Gender-Klischee naja alles ist ein Klischee insofern ja aber andererseits wer läuft denn noch im Anzug rum gucken sie doch mal das ist doch jetzt schon gegen das Klischee arbeiten also wer ist ja nicht also wenn sie jetzt in den 50er Jahren war das tatsächlich so da geht jeder Mann geht mit dem Anzug auf die Arbeit aber das ist doch längst passé insofern ist das doch schon fast ein Alleinstellungsmerkmal wenn man heute noch einen wenn man heute noch einen Anzug hat irgendjemand glaubt dass das kein Livestream sei und deshalb soll ich mal den Satz sagen Fischers Fritz ach Fischers Fritze fischt frische Fische gut sei damit auch getan noch eine Modefrage aber dann hören wir wirklich auf damit und zwar wie wäre ihr Modegeschmack wenn sie eine Frau wären das finde ich aber sehr interessant ich habe es ja eben schon beschrieben wie großartig diese Dieven in Hollywood inszeniert werden vielleicht dann so also ich glaube da würde ich sagen mehr ist mehr ich würde wahrscheinlich mit viel Pailletten arbeiten ordentlich Make-up viel Frisur ausladende Kleider vielleicht sowas irgendwie ich weiß nicht habe ich noch nicht drüber nachgedacht aber wenn dann dürfte es wahrscheinlich ein bisschen mehr sein gut weitere Fragen und zwar Meinung zu Stranger Things ich habe überhaupt keine Meinung zu Stranger Things ich habe irgendwann mal einen Ausschnitt gesehen und mich dann nie wieder damit beschäftigt ich weiß aber dass jetzt gerade der Song von Kate Bush ganz oben in den Charts ist wegen der neuen Staffel von Stranger Things aber ich habe irgendwie nicht das geringste Interesse mich damit auseinanderzusetzen ich mache ja um Serien einen großen Bogen aber ich kann sagen ich habe schon vor in den nächsten Wochen mal eine Serie zu besprechen ich will aber noch nicht verraten welche es ist aber ich glaube sie ist lohnenswert wir werden mal sehen ich würde noch mal kurz einen kleinen Empfehlungsblock bringen und zwar soll es natürlich auch um Filmempfehlungen gehen und ich habe einfach mal fünf Filme rausgegriffen die ich in den vergangenen Monaten gesehen habe und die mich besonders beeindruckt haben einmal von Hal Ashby Being There mit Peter Sellers in der Hauptrolle er spielt einen Gärtner der bei der in Washington lebt bei einem reichen bürgerischen Mann aber dieser Gärtner verlässt das Haus nie er hat es noch nie verlassen die Welt nimmt er nur durch das Fernsehen wahr nie hat er etwas anderes gesehen als das Fernsehen und diesen kleinen Garten der umkreist es von einer hohen Mauer als sein Herr stirbt ist dieser Gärtner plötzlich auf sich allein gestellt das Haus wird verkauft und er muss hinaus in die Welt und dann schreitet dieser reine Tor der von nichts eine Ahnung hat der vollkommen unschuldig ist der nichts weiß von der Welt von den Frauen und sonst was durch die Welt und er gleitet in die Arme einer Gattin eines reichen Medienmoguls und dieser Medienmogul hat enge Kontakte zum Präsidenten und dieser einfache Gärtner wird dann plötzlich auch nach seinem Rat gefragt auch der Präsident will dann seinen Rat wissen und er äußert sich in so ganz primitiven Äußerungen zum Thema das Leben ist wie ein Garten der Staat ist wie ein Garten und sofort sind alle begeistert und hingerissen und er wird auch zu einer Art Star es ist ein ganz merkwürdiger melancholischer Film es ist keine überdrehte Komödie auch wenn das jetzt gerade so geklungen hat aber es ist ein ganz ruhiger ganz eigenartig befremdlich wirkender Film mit einem Humor der erst glaubt man gar nicht zündet und dann zündet er so ganz merkwürdig im Nachhinein so dass einem dieser Film noch lange nachgeht es ist ein höchst merkwürdiges Werk aber ich würde es doch sehr empfehlen sich diesen Film Being There einmal anzusehen handfest wird es mit Robert Altrichs wunderbaren Film Rattennest das ist ein Film Noir der sehr 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 hart ist er erzählt von Mike Hammer dem Privatdetektiv der mit dem Auto fährt und eines Nachts läuft ihm da eine Frau vor die Kühlerhaube sie will gerettet werden von ihm sie ist aus einer Irrenanstalt entflohen sie behauptet man hätte sie da untergebracht aber sie sei nicht verrückt er glaubt ihr er nimmt sie mit dann werden aber beide entführt es kommt zu dramatischen Szenen und dieser Mike Hammer der Privatdetektiv der wacht dann im Krankenhaus wieder auf er geht nach Hause in seine Wohnung wir sind hier im Studiosystem alles ist auch im Studio gedreht hier das meiste in diesem Film das ist sehr beeindruckend zu sehen und man kann jetzt bei diesem Film auf mehreren Ebenen darüber sprechen aber ich will zwei Ebenen raussuchen einmal geht es um eine große Verschwörung es geht um einen Koffer der leuchtet wenn man ihn öffnet und wer mal so eine Assoziation zu Tarantinos Pulp Fiction haben will der sollte sich vielleicht auch mal mit diesem Film beschäftigen das zweite ist aber wie hier Mann Männer und Frauen aufeinandertreffen wie sie miteinander kommunizieren und zwar ist dieser Mike Hammer natürlich einer der findet dieser Film einfach so unglaublich so losgelöst von eigentlich einem Film Noir dass man es nicht fassen kann wie man das da zusammenkriegt mehr Worte will ich gar nicht machen diesen Film sollte man sich unbedingt ansehen jetzt wollen wir uns noch mit New Hollywood beschäftigen und zwar mit dem Film Asphalt Cowboy vielleicht hat den schon mal jemand gesehen ein Film von John Schlesinger mit Dustin Hoffman und John Voigt John Voigt kommt aus Texas in diesem Film er spielt einen Glücksritter der irgendwie versucht aus der Provinz zu entkommen und dann in New York es zu schaffen er kauft sich einen Cowboy Hut er verkleidet sich als Cowboy und er glaubt so könnte er doch als Gigolo vielleicht sehr schnell an Geld kommen aber bei den Frauen da hat er kein Glück einmal da trifft er eine die ist auch gleich bereit mitzugehen aber sie selbst ist eine Prostituierte und er muss sie bezahlen und dann trifft aber John Voigt auf Dustin Hoffman Dustin Hoffman spielt einen Kleinganoven dem man eigentlich nicht vertrauen kann und John Voigt hätte ihm auch besser nicht vertraut aber dann begegnen sie sich wieder und irgendwie in dieser kalten Welt in diesem kalten New York wo der amerikanische Traum längst am Boden liegt da vertrauen sie doch in irgendeiner Weise einander sie helfen einander sie sind füreinander da und tragen sich in gewisser Weise auch es ist ein sehr berührender Film der auch so ein Kino der Armut fast darstellt nachdem dieses unglaubliche Studio Monstrum Hollywood zerbrochen ist Ende der 60er Jahre da besinnt sich ja Hollywood auf das was eigentlich das Geschichten der Zellen ausmacht man nimmt mal wieder eine Kamera in die Hand man versucht mit wenig Geld Groß zu schaffen und das gelingt schon Schlesinger ein Film den man sich unbedingt ansehen sollte wenn es ein bisschen heiterer sein darf dann kann man sich natürlich auch Billy Wilders 1 2 3 ansehen aus dem Jahr 1961 die Geschichte ist hoch amüsant es gibt da in Berlin in West-Berlin einen Manager von Coca-Cola der hoch hinaus will und der denkt sich das kann ich schaffen indem ich den Absatzmarkt erweitere den Kommunisten in der DDR den sollte man doch auch Coca-Cola verkaufen und das finde ich eine gute Idee und davon handelt dieser Film zum einen zum anderen handelt er aber auch davon dass der Chef von Coca-Cola eine sehr aufmüpfige Tochter hat die zu Gast ist bei diesem Coca-Cola Manager in Berlin und sich ausgerechnet in einen Kommunisten verliebt der von Horst Buchholz gespielt wird und dann ist da noch Lilo Pulver als sexy Sekretärin und ja es taucht in der DDR als sie dann da sind und dieses Cola-Geschäft machen wollen auch noch Friedrich Holländer auf er dirigierte eine Kombo und singt ausgerechnet Bananen ein unglaublich überdrehter verrückter voller Esprit äh voll mit Esprit ausgestatteter Film von Billy Wilder den ich jedem ans Herz lege der auch mal wieder sehen möchte wie leicht man eigentlich große Weltpolitik verhandeln kann und das ist so amüsant also wir sind ja dann nun wirklich auch schon in so einer Phase das ist ja nicht alles zum Lachen 1961 aber dass man da sagt ich mach da jetzt einfach nochmal so einen Film und es funktioniert das ist eigentlich etwas was wir heute dringend brauchen denn das war auch eine Frage die kam was brauchen wir eigentlich heute ich glaube wir brauchen heute viel mehr Komödien wie so etwas wir sehen viel zu wenig Komödien im Kino aber auch auf den Streamingdiensten das meiste ist bier ernst oder das ist ja auch das was die Comedy Szene so ausmacht dass alle die ganze Zeit nur ernste konkrete Politik machen wollen ich glaube wir brauchen viel mehr geistreiche Komödien und da ist man bei Billy Wilder immer auf der richtigen Seite was ich zum Schluss noch empfehlen möchte ist ein Film von Nicholas Ray Nicholas Ray ist ein ganz außergewöhnlicher Regisseur ich habe schon mal Johnny Guitar von ihm empfohlen nun hier sein Debüt von 1948 They Live By Night das ist ein herausragendes Werk bei dem man gar nicht sagen kann ist es ein Film Noir oder ein Road Movie oder beides zugleich oder eine sehr sentimentale Liebesgeschichte nun da ist einer der aus dem Knast entlassen wird gespielt von Farley Granger er will auch eigentlich nichts damit zu tun haben aber dann wird er doch nochmal für so eine kleine Sache herangezogen er verliebt sich ja auch in eine Frau und sie müssen dann alsbald fliehen sie werden verfolgt und man will natürlich dass Bonnie und Clyde obwohl sie gar nicht so böse sind es irgendwie schaffen es ist ein hochdramatischer Film ein Film der viele sentimentale Züge hat und der hinreißend gefilmt ist und der so mitten rein geht der so atemlos diese Geschichte erzählt dass es eine Lust ist sich das anzusehen und ich glaube auch das ist wieder ein Film der zeigt man kann auch einfach mal sagen ich drehe jetzt los ich fange jetzt einfach an und bewältige es schon während ich es mache das ist das das Großartige ist nichts stillgestellt hier hat es nichts von so einem trägen Studiosystem sondern alle Frische die man sich eigentlich von einem jungen Filmemacher wünscht die ist hier gegeben deswegen kann ich das nur empfehlen und es zeigt auch wieder so sehr was eigentlich fehlt wie selten eigentlich solche Filme geworden sind obwohl es heute auch leicht ist sich eine Kamera in die Hand zu nehmen aber dass man dann auch nochmal solche Bilder schafft dass man auch zugleich eine solche Poesie wichtig sein könnte beziehungsweise was ein Genre es ist schwer zu sagen ob ich mit einem Genre nichts anfangen kann also ich muss jetzt nicht übermäßig viele Musicalfilme sehen oder natürlich ist der Zeichentrickfilm nichts was mir so nahe liegt aber ich würde doch sagen dass jedes Genre seine Berechtigung hat ich kann immer besser von den Lieblingsgenres wie dem Film Noir oder dem Kriminalfilm und dem Western sprechen und auch der Science Fiction Film spielt für mich eine größere Rolle als sagen wir der Sportfilm der Kriegsfilm ist ein wichtiges Genre und ich habe mich ja auch kürzlich mal mit Kriegsfilmen auseinandergesetzt für eine Filmanalyse allerdings ist das jetzt nicht ein Genre das ich laufend sehen will nicht weil ich die Filme nicht schätze sondern weil mir die Thematik keine ist die mir am Abend vergnügliche Stunden bereitet insofern wäre das Kriegsgenre das womit ich nicht allzu viel anfangen kann wenngleich das Kriegsgenre am nächsten wieder dran ist am Kino weil Kino und Krieg sich doch sehr ähnlich sind also wo man da so durchblickt ob das jetzt ein Zielrohr ist oder eine Kamera die Technik dieser Technizismus des Krieges auch der Krieg der Bilder all das muss man natürlich immer zusammendenken insofern kann ich mich gar nicht so sehr gegen ein Genre entscheiden sondern kann mich immer nur aufs Neue für ein Genre entscheiden Verwenden Sie einen Teleprompter oder sprechen Sie frei Nun ich habe einen Zettel ja mit Notizen bei der Filmanalyse und da blicke ich ja auch immer mal wieder runter und damit arbeite ich aber es gibt keinen Teleprompter das habe ich am Anfang mal gemacht aber das macht das alles sehr steif und außerdem muss ich dann einen kompletten Text ausformulieren und das möchte ich eigentlich nicht ich glaube auch schon an das allmähliche verfertigen der Gedanken beim Reden Würde ich lieber mit Carsten Maschmeyer ein Startup gründen oder in Frank Thelens Aktienfonds investieren gut das ist ja beides glaube ich die Hölle wenn ich wenn ich das jetzt alles so richtig begriffen habe ne also einfach beides nicht ich möchte beides nicht und auch drittens nicht mit Veronika Ferressen Film drehen Hast du Tipps was ich zu Johnny Depp und Amber Hurt sagen kann ich habe es einfach ignoriert kann ich nichts zu sagen dann triffst du dich mit Gerd Skobel zum meditieren nein nein definitiv nicht ich meditiere nie und auch nicht mit Gerd Skobel aber wenn er möchte kann er es mir ja mal erklären warum man das machen sollte wie brutal darf ein Film bei ihnen sein nun der Film sollte so brutal sein wie er brutal sein muss das ist die Antwort auf die Frage es gibt Filme die sind unnötig brutal da wird einfach nur nochmal und es kann einfach nur eine Ohrfeige sein die nicht sein muss oder die zu plakativ ausgestellt ist aber die nicht dienlich ist der Handlung der Botschaft des Films dann ist die Ohrfeige zu brutal und dann gibt es Filme da werden Leute die Köpfe abgerissen und das passt aber genau zu der Botschaft es ist genau richtig und es ist eine Zeitdiagnose also denken wir nur an die Zombie Filme von Romero und da ist die Brutalität genau richtig und auch überhaupt nicht problematisch und sollte auch überhaupt nicht zensiert werden deswegen gibt es nur diese Antwort ein Film muss so brutal sein wie er brutal sein muss aber nicht brutaler meine Meinung zu Studio Ghibli dazu will ich jetzt gar nicht sagen es erinnert mich nur an dieses unglaubliche Versäumnis dass ich unbedingt eine Filmanalyse zu einem Ghibli Film machen soll ja ja es kommt schon noch keine Sorge das ja ich muss es unbedingt machen also bevor es den nächsten Livestream gibt muss es eine Ghibli Film Analyse geben sonst darf ich keinen Livestream machen vielleicht können wir es einfach jetzt mal so festlegen und dann kann ich mich auch nicht mehr rausreden so dann habe ich sehr viele Fragen jetzt beantwortet und würde noch eine beantworten wollen die hier gestellt wird wie viele Personen sind an der Filmanalyse beteiligt also momentan sitze hier nur ich das ist natürlich klar es ist ein Livestream aber es ist eine gute Gelegenheit um Danke zu sagen von diesem Livestream aus weil die beiden Abwesenden denen gebührt Dank weil sie sonst immer anwesend sind und zwar das sind Thomas und Michael von Fatboy Film die mich drehen und die das dann auch hochladen denn ich habe ja technisch zwei linke Hände und die machen das jetzt seit elf Jahren mit einer ungeheuren Verlässlichkeit sind die da müssen sich auch immer anhören was ich zu den Filmen zu sagen habe und widersprechen selten und ihnen gebührt ganz großer Dank dass sie noch immer da sind und das auch noch immer weitermachen werden die haben heute Abend dann frei ich danke auch für diesen Abend Robert der mir diesen Livestream eingerichtet hat denn auch das hätte ich natürlich nicht allein gekonnt und ich möchte mich ganz herzlich bei ihnen bei euch bedanken für diese unglaubliche Treue elf Jahre jetzt schon Filmanalyse und es kommt mir nicht so vor und ich mache natürlich einfach immer so weiter ich danke ganz herzlich ich danke auch ganz herzlich für das rege teilen kommentieren weiterempfehlen der Filmanalyse das ist sehr wichtig denn ich habe ja nicht irgendeinen großen Sender oder so hinter mir der mich mit Werbung irgendwo hinspülen kann und ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Unterstützung die schon geleistet wurde für die finanzielle Unterstützung die auch noch vielleicht kommen wird ich bedanke mich ganz herzlich dafür denn das ist auch fundamental wichtig natürlich um so etwas so ein Projekt wie die Filmanalyse über so viele Jahre überhaupt machen zu können denn die Filmanalyse kostet natürlich vor allem Zeit die man aufwenden muss um viel zu lesen viele Filme zu sehen um Analysen zu konzipieren und diese dann auch zu drehen vielen Dank dafür es ist mir immer eine große Freude und es ist mir nicht langweilig geworden nach all den Jahren nicht und ich bedanke mich auch für diesen wunderschönen Abend der jetzt nach 90 Minuten zu Ende geht ich will ein bisschen noch meine Stimme schonen also heute nicht allzu lang machen bin aber dann nächste Woche wieder in der ganz gewohnten Optik wieder da mit einer neuen Filmanalyse wozu verrate ich noch nicht weiß ich auch ehrlich gesagt noch nicht so ganz richtig muss ich noch entscheiden aber bis dahin wünsche ich alles Gute und sage natürlich auch an dieser Stelle wir schauen nur aber wir sehen nicht